Wenn du chronische Schmerzen hast und du Medikamente nimmst, um den Schmerz zu lindern, dann kann der Körper davon abhängig werden, weil du immer im gleichen chemischen Zustand bist. In dem Moment, in dem sich der Körper von der Vergangenheit entfernt, der Moment, wo er beginnt, mit dem Fell zu interagieren. Facts. Leider ist es halt auch so, das sind auch Fakten. Die Pharmaindustrie hat ein Rieseninteresse daran, uns zwischen gesund und krank zu halten. Die wollen nicht, dass wir komplett gesund sind. Die wollen aber auch nicht, dass wir so krank sind, dass wir sterben. Dann brauchen wir auch keine Medikamente mehr. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Nur lieber an euch. Und zwar werden wir jetzt in ein neues Video reingehen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Das Video heißt, mit dieser neuen Technik heilst du deinen Körper. Dr. Joe Dispenza. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Bester Mann, der Joey Joe ist am Start. Let's go. Denn viele Menschen befinden sich auf verschiedenen Stufen und machen unterschiedliche Fortschritte beim Überwinden ihrer gesundheitlichen Gebrechen. Den Körper mit Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln oder mit externen Substanzen zu behandeln, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt, kann ein Hilfsmittel sein. Das kann der Person helfen, den Alltag oder Stress zu bewältigen. Oder vielleicht braucht sie Medikamente, um den Blutzuckerspiegel oder die chemischen Vorgänge im Gehirn in Ordnung zu halten. Das sind Dinge, von denen der Körper abhängig werden kann. Und ich rate immer dazu, einen Arzt zu konsultieren und regelmäßig zur Kontrolle zu gehen, damit du weißt, ob sich etwas im Körper verändert. Manche Menschen wollen die Realität nicht wahrhaben. Ich habe diese Woche mit einem Arzt gesprochen, der einen solchen Patienten hat. Der Patient sagte, ich habe diese Krankheit nicht und ich akzeptiere die Testresultate nicht. Von so etwas rede ich aber nicht. Ich spreche davon, pragmatisch zu sein. Vor allen Dingen auch mit seinem Mind zu arbeiten, weißt du, mit Meditation und diesen ganzen Geschichten, kannst du dich auch wieder in die Mitte reinbringen. Und das ist eine Sache, die halt sehr oft leider nicht so richtig betrachtet wird. Weil oft sind Medikamente nur zeitweise eine gute Lösung. Und langfristig gesehen aber nicht die beste Lösung, weißt du. Deswegen solltest du auch parallel dazu mit deinem Mind auch arbeiten und dich so wieder versuchen, in die Mitte reinzuholen. Auch mit Sachen wie mit der Natur connecten zum Beispiel. Es gibt ja Therapietechniken, wo die Leute einfach in den Wald gehen und Bäume umarmen zum Beispiel. Oder ins Meer gehen, Wasser plätschern, Tiere sich anhören und so. Das sind alles Geschichten, die dir dabei helfen können, dich selbst auch zu heilen. Beziehungsweise diesen Heilungsprozess selber auch anzustoßen. Und gerade so in der östlichen Medizin, China etc., so Fernosten, da sind ganz viele Methoden, die lange Zeit in unserer Welt als Humbug gelten und auch teilweise Pflanzen und Rituale und so. Aber mittlerweile hoffe ich oder glaube ich zu wissen, dass es immer mehr auch bei uns in der westlichen Medizin so ankommt. Und dass auch versucht wird, diese Dinge immer mehr miteinander zu verbinden. Kann ich nur wieder das Video des Geheimnis der Heilung ans Herz legen, auf das wir auch reagiert haben, eine Dokumentation. Sehr, sehr spannend, was da erzählt wird und gezeigt wird, auch wirklich wissenschaftlich gezeigt wird, wie Menschen sich teilweise von Tumoren befreit haben mit Hilfe von meditativen Zuständen. Oder wie Dinge geheilt wurden mit Handauflegen und Fürsorge. Weißt du, wie ich meine so? Das sind alles Sachen, die, glaube ich, ein bisschen unterschätzt werden. Wenn du zum Beispiel Diabetes hast oder wenn du chronische Schmerzen hast und du Medikamente nimmst, um den Schmerz zu lindern, dann kann der Körper davon abhängig werden, weil du immer im gleichen chemischen Zustand bist. Wenn du dann damit beginnst, an dir zu arbeiten und deinen neuronalen Kreislauf, die Neurochemie, deine Hormone, deine Energie und sogar deine Gene zu verändern, dann wird dein Körper einem Wandel unterworfen werden. Eine Neuordnung wird für eine bestimmte Zeit stattfinden, weil du nicht mehr im selben neurochemischen Zustand bist. Wenn das geschieht, fällt dir plötzlich auf, dass du neue Symptome hast oder dass die Medikamente Unwohlsein auslösen. Oder es kommt zu einem Ereignis, einem tiefgreifenden innerlichen Geschehnis, welches dich auf eine neue Bewusstseinsebene hebt. Dann weißt du, dass du mit der Selbstheilung begonnen hast. Wir sehen das immer und immer wieder. Die Menschen sagen uns, ich weiß nicht, was dieses Ereignis war, dieses unglaubliche innere Geschehnis, es hat irgendetwas in meinem Körper ausgelöst. Mein Körper hat ein neues Signal erhalten. Das bedeutet, dass sich der Körper neu ordnet. Wenn das beginnt stattzufinden, dann ist es wichtig, zur ärztlichen Kontrolle zu gehen. Ich empfehle, das alle drei Monate zu tun. Wenn du konsequent an dir arbeitest, dann schau dich nicht vor den medizinischen Testresultaten. Und wenn du deine Meditation abgeschlossen hast und dich hinlegst, sagen wir, einer deiner Blutwerte müsste bei 100 sein, allerdings ist er momentan bei 500. Wenn du dich also hinlegst und entspannst, dann stell dir die 400 bildlich vor. Das Göttliche soll sich das anschauen. Sag dir selbst, das wird mein neuer Blutwert sein. Menschen beginnen dann, ihre Kreativität in diesem Prozess zu entfalten, was einen Einfluss auf die Messresultate hat. Die Ärzte sagen dann, ich weiß nicht, was sie tun, aber wir können die Medikamente reduzieren oder die Dosis halbieren. Denn ich stelle beachtliche Veränderungen fest. Hören Sie damit nicht auf. Denn es funktioniert. Ich empfehle also ein methodisches, pragmatisches Vorgehen. Ich empfehle den Weg, Schritt für Schritt zu gehen. In dem Moment, in dem sich der Körper von der Vergangenheit entfernt, der Moment, wo er beginnt, mit dem Feld zu interagieren, der Moment, in dem ein biologisches Upgrade stattfindet, der Moment, in dem die Person den Körper an die Zukunft anpasst und das Gehirn neu strukturiert, um sich einem neuen Daseinszustand anzunähern. Also wenn man beginnt, eine Veränderung im Krankheitsbild festzustellen, dann ist das eine wichtige Rückmeldung. Hey, meine Schmerzen sind weg. Hey, ich kann die ganze Nacht ruhig durchschlafen. Hey, die Wunde auf meiner Hand, die ich drei Monate hatte, ist plötzlich weg. Hey, ich kann plötzlich besser sehen oder mein Gehör ist besser. Die Tatsache, dass du diese physiologische Veränderung erfahren kannst, bedeutet, dass du verändern kannst. Chemikalien neigen dazu, einen Stillstand auszulösen. Wenn wir Krankheit mit Chemikalien behandeln, dann hält uns dies immer im gleichen Zustand. Wenn man selber den Zustand reguliert, dann wird der Körper sich... Facts. Facts. Leider ist es halt auch so, das sind auch Fakten, auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt, so. Aber die Pharmaindustrie hat ein Rieseninteresse daran, uns zwischen gesund und krank zu halten. Die wollen nicht, dass wir komplett gesund sind. Die wollen aber auch nicht, dass wir so krank sind, dass wir sterben. Dann brauchen wir auch keine Medikamente mehr. Wir sollen die ganze Zeit in einem Zustand zwischen Tod und halbwegs lebendig sein, damit wir so viel wie möglich Medikamente, Medizin und diese ganzen Sachen konsumieren. Das sind einfach Facts. So, inwiefern das Auswirkungen hat und inwiefern Ärzte da mit involviert sind, habe ich keine Ahnung, habe ich keinen Plan. Aber das ist natürlich das Interesse von den Leuten, die die Tabletten machen. Das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Weißt du, wie ich meine? Ist ein Wirtschaftsunternehmen und die wollen Geld machen. Und die machen nur Geld mit kranken Menschen. Und das muss man sich halt bewusst machen. Weißt du, wie ich meine? Und es ist hundertprozentig so, dass du mit deinem eigenen Zustand, in dem du dich gerade befindest, auch deine eigenen Krankheiten und das, was in deinem Körper passiert, beeinflussen kannst. Es ist doch klar, es gibt Studien, wo getestet wird, wie der Körper funktioniert, wenn du unter Angstzuständen leidest. Was es für einen Effekt auf den Körper hat. Und es hat einen direkten Effekt auf unseren Körper. So, einen direkten Effekt. Durch Ängste können Krankheiten entstehen. Und daran merkst du schon, dass dein Mindstate und in was für einer Situation oder was für einem Mindstate du dich gerade befindest, einen riesen Effekt auf Krankheiten, auf wie dein Körper gerade funktioniert, haben kann. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du, egal auch, wenn du zum Beispiel so krank bist, dass du Medikamente nehmen musst, ich bin jetzt kein Anti-Arzt und keine Medikamente, ich gehe selber zum Arzt und lasse mich checken und so. Und wenn irgendwas ist, okay, dann lasse ich mir auch helfen, weißt du. Aber vergess nicht, dass du auch mit deinem Kopf, mit deinem Mind, mit deinen Gedanken, mit deinem Bewusstsein mitarbeiten kannst. Und das ist das Wichtigste. Nach und nach neu anordnen und verändern. Und wenn du das regelmäßig tust, dann wirst du eine Veränderung im Körper feststellen. Eine direkte Rückmeldung. Hey, ich habe eine bestimmte Mahlzeit gegessen und hatte danach keine Probleme. Etwas verändert sich. Jetzt weißt du, sobald das passiert, dass das der entscheidende Moment ist. Das Gleiche passierte auch bei mir und meiner Verletzung. Der Moment, in dem ich Veränderungen in meinem Körper feststellen konnte, nach einer sechseinhalbwöchigen Höllentortur, zuerst dachte ich, dass ich nichts erreichen werde, aber der Moment, in dem ich bemerkte, wie der Schmerz mich verlässt und ich meine Füße fühlen konnte, das war's. Da wusste ich, dass sich etwas verändert hatte. Das Kuriose ist, dass es dir in dem Moment nicht mehr schwerfällt. Wo du durchsonst sagst, das wird nie funktionieren, ich will das nicht tun, es ist zu schwierig, ich kann das nicht. Sobald du diese Veränderung feststellst, wirst du dir sagen, ich will das wieder tun. Dann wirst du dich darauf freuen und es wird keine Quellerei mehr sein. Deine Energie verändert sich, das ist alles, was du brauchst. Ich habe gelernt, mich in diesen Zustand im Voraus bereits hineinzuversetzen. Körper sagt dann, was ist denn hier los? Der tut so, als ob er bereits geheilt wäre. Er denkt, er könne bereits laufen. Jede einzelne Frage hier zeigt mir, dass die Leute wirklich zu unseren einwöchigen Events kommen sollten. Sie müssen lernen, beim Gehen zu meditieren. Sie müssen ihren Körper zum Gehen bringen, um ihn aus der Vergangenheit zu holen. Sie müssen lernen, im Stehen zu meditieren, damit sie im Alltag nicht in die alten Muster zurückfallen. Es ist eine neue Angewohnheit. Sie gehen darin, sie sprechen darin, sie fühlen darin, sie denken darin. Geil. Sie trainieren es, um es werden zu können. Wenn du die Hürden jeden Tag überwindest, wirst du nach und nach zu einer neuen Person werden. Unsere einwöchigen Events sind ein super Weg, um zu lernen, wie man das im Sitzen tun kann, wie man das im Gehen tun kann, wie man das im Stehen oder Liegen tun kann. Sie bekommen die Gelegenheit, ihre Angewohnheiten zu machen. Das ist auch, manchmal mache ich so geführte Meditation, wo dann auch am Ende derjenige sagt dann, dass man die Augen aufmachen soll und versuchen soll, in diesem Status zu bleiben. Heftig, powerful. Damit man das dann natürlich auch ins echte Leben mit übertragen kann. Weil wenn du die Augen dann aufmachst, dann bist du wieder so in der Welt unterwegs, identifizierst dich mit Sachen und so, lässt dich irgendwie aus der Bahn werfen und so. Also das ist auch nochmal ein heftiges Level, diesen meditativen Zustand mit in dein normales, tägliches Leben mit reinzunehmen. Natürlich hat es einen positiven Effekt, wenn du meditierst, auch auf den Alltag danach so. Aber ich glaube, es ist halt krass, wenn du auch mit offenen Augen meditierst und wie er sagt, beim Laufen meditierst, langsam Dinge machst und dabei meditierst und so. Da kriegst du immer mehr das implementiert in deinen Alltag. Und wenn wir unglücklich sind, dann laufen wir auf eine bestimmte Art. Und wenn wir uns selbst bemitleiden, dann verändert sich unsere Körperhaltung. Unser Körper verändert sich, unsere Chemie verändert sich. Sobald du die neue Energie annimmst und dies für zwei Wochen trainierst, dann wirst du zum Beispiel von deinem Auto zu dem Bürogebäude als ein neuer Mensch laufen. Dein Körper wird dann früher oder später mitziehen. Und wenn das passiert, dann wirst du sagen, was viele andere bereits gesagt haben. Der Ogu-san sagt, an was denkst du beim Meditieren am meisten? Bro, das Ziel ist es nicht zu denken beim Meditieren. Falls du es nicht wusstest, Bruder. So. Ich weiß, dass ich geheilt bin. Ich weiß es. Wie kannst du das wissen? Ich weiß es einfach. Ich kann das gerne medizinisch bestätigen lassen. Ich sehe sowas immer wieder. Geil. Geil. Gutes Video, Freunde. Fühle ich auf jeden Fall. Heftig auch. 31, 31 Daumen nach oben, wo ich draufgeklickt habe. Und das Video geht 7-7. Science it in, man. God is talking. Universe is talking, meine lieben Freunde. Gib mir die Universey-Vibes, Bro. Da gibt es alsoAmerico. so